Herzlich Willkommen in der hübschen Stadt Altena. Der Fluss Henne fließt durch die Stadt. Die Stadt hat circa 20.000 Einwohner. Hoch über dem Berg thront die malische Burg von Altena aus dem 2. Jahrhundert. Grüß Gottmüselle US 19.09. adher Wersfan Eyaletinin Altena. Dieseés libertines der Barışul từ этом 140 okei. Untertitelung des ZDF für den Entreten Geh mir! Aus Hingeschild der Stadt hoch über dem Berg liegt das Schloss bzw. die Burg von Athena. Gebaut im 4. Jahrhundert ist eine der schönsten Höhenburgen Deutschlands. Athena ist eine kleine Stadt im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Die Bevölkerung ungefähr 20.000. Die Burg befindet sich auf einem Burgsporn des Klusenbergs. Dieser Berg heißt Klusenberg. Kutepänenerde Klusenberg. An der Leine. Leine ist der Fluss, der durch die Stadt fließt. Klusenberg in Nordrhein-Westfalen Lenne. Nächste geht schon. 1912 richtete der Altenauer Lehrer Richard Schirrmann als er guckt die erste ständige Jugendherberge der Welt ein. Und gründete das deutsche Jugendherbergswerk. Die Idee ging daraufhin um die ganze Welt. 20,8 Meter sechs Vorgang. 20,500 Gehirnsherberge der Welt. 20,500 Gehirnsherberge der Welt. Regisse Schirrmann Wir machen den Willen auch von der Boa? Ja. Ciao. Nezat Ağamsan, daha önce bu şehirde bulundun mu? Bulunmadım. Ich komme zum ersten Mal. Es ist ein sehr schönes Stadt. Ein sehr schönes Stadt. Wir haben ein Schatten. Also ein Schatten. Das ist 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 ein Schatten. Für einen Schatten. Also ein Schatten. Das ist ein Schatten. Ein Schatten. wo ob er selam selam hanufer li bulgar vatandaşlarım benim soydaşlarım rumeli türklere nasılsınız iyi misiniz Sie sind auch hier, Freunde. Sie sind hier, wenn ihr hier seid? Aynen, so. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. 12 Jahre, 13 Jahre, 13 Jahre, das hier ist. Wie? Wir sind hier in der Englisch Malstraße von Altena. Das ist eine sehenswerte, hübsche, kleine Stadt. Guten Tag, die Dame. Wo ist der Aufzug nach oben? Guten Tag, die Dame. Wo ist der Aufzug nach oben? Der Aufzug? Wir müssen so weiter geradeaus. Sie sind schon im richtigen... Nach links. Danke schön. Efendim, hier ist der Aufzug nach oben. Aufzug? Ja. Nach diesem Haus. Nach links. Danke schön. Efendim, burası Asansör. Şimdi Asansörle, Schateo'ya çıkacağız. So, jetzt fahren wir mit dem Aufzug nach oben zur Burg. Burg Altena. So, der Eintritt hoch mit dem Aufzug kostet 4,80. Und, die sind schon amhoalausen. So, das ist ein sehr kräftiges Rad. Ich bin nicht in der Nähe von der Stadt, Dann sehen wir eine, die neue Stadt. Ich habe eine Tolliziere, aber dann bin ich, wenn man in der Stadt hier sauter ist. Guck mal, guck die Fische an! Ich kann Ihnen versichern. Sie werden beeindruckt sein. Und wenn ihr nicht kam, können wir Sie erzählen. Ich habe auch noch ein bisschen die Linie aus, da. Ja. 18. Werte Gäste, nun seid ihr im oberen Boothof angekommen. Mögt ihr einen angenehmen Aufenthalt haben. Leben gut! Tschüss und viel Spaß! Wurde. Wurde. Wurde, 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 Wurde. Das ist ein Montag. Wurde. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.